Machst du schon gut? Machst du schon super? Man fängt immer klein an. Ja, langsam. Immer ein Bein nach dem anderen. Schieben. Und die anderen fahren hier immer die Straßen hoch und runter. Die brechen sich bald die Bähne. Fahren die Autos bald rein. Wir machen das hier. Hier haben wir unsere Ruhe. Das kann man ganz in Ruhe üben. Das kann man ganz in Ruhe üben.